Leute, ich möchte mich noch einmal bei jedem von euch bedanken. Bei jedem, der mitgeholfen, mitgedreht oder einfach nur zugeschaut hat. Ihr alle habt die Serie zu etwas ganz, ganz Besonderem gemacht. Und nun freue ich mich, verkünden zu können, dass endlich das heiß ersehnte Finale der ersten Staffel online kommt. Am 12.12.2017 ist es soweit. Die siebte Folge von... Der DuckTestor! Ja! Auf Instagram bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Geht hin und verbreitet! Geht hin und verbreitet! Und ihr geht hin und verbreitet!